Musik Also früher war ich der absolute Pro in diesem Spiel und da ich es ewig nicht mehr gespielt habe und ich das dann jetzt auch gleich vorher natürlich nicht proben wollte und ich dachte, das wird witziger, wir machen das gleich hier zusammen und spielen einfach mal drauf los Kann es natürlich sein, dass ich hier ziemlich alt aussehe Jetzt bleib stehen, jawohl Und hier hinten den Schalter um das Tor zu öffnen und hier oben, soweit ich mich erinnere Ach, jetzt kommt schon Ah, jetzt hat es geklappt, seht ihr Hier oben ist noch eine Vase Diese Dinger sind die allerübelsten Ich sage es euch ganz ehrlich Wir sind durch Wir sind durch Also ich weiß nicht, wie es eigentlich geht, aber ich finde das Spiel total nervenaufreibend Jetzt habe ich doch hier ein bisschen Angst, wir nehmen jetzt immer mal die Hasenfuß-Methode Also ich finde kein Prinz von Persien Nein Jetzt aber schnell Also ich finde Kein Prinz von Persien-Spiel kommt an die Dramaturgie und an den Nervenkitzel ran als dieses erste hier Auch nicht die 3D-Prinz of Pyrgias Ich habe es englisch ausgesprochen Oh nein Ich sage jetzt gleich wieder Kommentare So, wir müssen jetzt echt mal hier ein bisschen uns konzentrieren Und nicht nur dumm rumlabern Weil Sonst schaffen wir das echt nicht mehr von der Zeit Und eigentlich kann ich es ja Aber hier Spielen und Aufnehmen und Reden Das überfordert mich völlig Und ihr denkt, ich wäre der volle Kack Der volle Kack-Kack-Noob Also Das sieht ja so aus Klar, man springt einfach, man ist da Aber Das kann schief gehen Das kann total schief gehen Das war auch wieder echt knapp hier Wir wollen den Fehler von vorhin nicht wiederholen Wollen wir nicht Ganz vorsichtig So Und hier Müssen wir uns jetzt Beeilen Total beeilen Springen Springen Geschafft Wenn man Shift gedrückt hält Dann hält man sich eben an solchen Sachen fest Ah, da ist schon einer gestorben Ein Skelett Bis noch eins Und doch Sesam Öffne dich Jetzt ist es ruhig Naja, das Spiel Das war schon so modern Das hat Bewegungssensoren Sobald er merkt, dass da jemand kommt Oh nein Oh nein Ein Skelett Oh nein Jetzt haben wir einen riesen Fehler gemacht Denn Der Fehler ist Ich sag's euch gleich Ich sag's euch gleich Der Fehler ist Dass es jetzt uns wieder begegnen und lebt Wir hätten auch an ihm vorbei können Also wenn er Nahe an ihm vorbeilaufen können Können wir an ihm vorbei Und dann Wäre das denn Oh, jetzt sterben wir hier Oh nein Also wenn das hier schon so Vor sich geht Ah, wir sind jetzt wirklich schon hier 49 Minuten Level 3 Ich jetzt wirklich mal vorher proben sollen Aber vielleicht dauert's auch ein bisschen Bis ich reinkomme Und dann geht's weiter Ich sehe schon die Kommentare Hageln Die Kack-Noob-Kommentare Früher hab ich das hier In einem Schwung durchgespielt Das ist halt auch lang her Und ich bin ja auch älter geworden Da hat man nicht mehr so gute Reaktionen In den Fingern Aber jetzt machen wir's gut Jetzt machen wir's gut Jetzt sind wir mutig Oder nicht mutig Wie ihr es seht Aber so Ah ja, ich wüsste mir das Hier runter schucken In den Abgrund Und dann wäre es eben gut Aber so kommen wir dran vorbei Oder das besser mal gleich gemacht Und mal Zeit gespart Es gibt übrigens auch einen Trick Wo man eigentlich das Spiel Richtig einfach durchspielen kann Indem man die Plätze tauscht Wie eben auch gesehen Dann nach unten drückt Das Schwert einsteckt Und wegrennt Und dadurch spart man eine Menge Zeit Oh, da ist sie ja Oh, sie hat sich hingelegt Also Man steckt das Schwert ein Und dadurch kann man dann wegrennen Und kann so eben den Kämpfen ausweichen Und dadurch spart man natürlich eine Menge Zeit Und dann wird das Spiel sehr viel einfacher Aber das machen wir natürlich nicht Denn Wir haben ja auch einen gewissen Gamer-Stolz hier Und wir hinterlassen lieber eine Spur von Leichen Weil die Kämpfe, die gehören ja auch dazu Also die sind total wichtig Ging das wieder Wie ging das wieder Ich hätte es wirklich Vorsicht Ich glaube wir müssen hier lang Allein schon Level Bin ich an Level 12 Denke wo Ich bin bestimmt Gar keine Ahnung mehr hab Wo ich langlaufen muss Wie soll das Wie soll das zeitlich klappen Meine Frau will auch noch was zu essen Ich sag's euch Ja Okay Das hat mir jetzt Mut gemacht Die alte Sterbe kommt zurück Ich spüre es Wir müssen noch einiges an Zeit wieder gut machen Ich seh's Ich seh's Keine Angst Ah Na komm schon Na komm schon Na komm schon Und Bam Bam So und jetzt passiert gleich etwas Was sehr sehr entscheidend für dieses Spiel ist Etwas was quasi Folgen hat Etwas was quasi Folgen hat Das ist ein politischer Gegner Der ist nicht tot Der schläft nur Lächter Du Lächter